Dieser YouTube-Kanal FototuningTV wird ab sofort umbenannt in 99blickwinkel.tv. Der Grund ist einfach, dass ich neben diesem Kanal noch ein Online-Fotografie-Magazin mit dem Namen 99blickwinkel.com betreibe. Schaut an dieser Stelle gleich mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Da gibt es viele Reviews, Tutorials, Testberichte etc. Alles aus dem Bereich der Fotografie und auch vermehrt ein bisschen aus der Videografie. Damit diese zwei Kanäle, also der YouTube-Kanal und der Online-Auftritt, ein einheitliches Branding haben, genau aus diesem Grund wird dieser YouTube-Kanal jetzt umbenannt in 99blickwinkel.tv. An dieser Stelle bedanke ich mich, dass du mein Abonnent bist. In diesem Jahr werden viele neue Videos auf diesem Kanal erscheinen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017